Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu eurem eigenen Server, den wir bei hkhosting.de gemietet haben. So, letztes Mal hatten wir uns hier über diesen wunderbaren, relativ einfachen Client hier von hkhosting über den HTML5VNC Client eingeloggt. All das hat super funktioniert, aber wir wollen die Sicherheit vergrößern und vielleicht müsst ihr ja auch mal Daten übertragen. All das macht man normalerweise über SSH und über SSH muss ich leider dieses Video zweiteilen, das heißt der erste Teil für die Windows-Leute ganz grob, was man machen muss, um sich einzuloggen. Und zwar man braucht Putty und für die Linux-Leute wird es danach auch noch eine kurze Einweisung geben. Okay, eigentlich nichts kompliziertes, ihr müsst hier einfach nur auf die Webseite putty.org gehen, dann auf Download logischerweise und dann landet ihr hier bei dieser komischen Adresse hier einfach auf den Client direkt. Also ihr braucht nichts installieren oder sowas, aber hier könnt ihr euch einfach den Client runterladen und bei euch ausführen. Dann kommt dieses Fenster, also ihr müsst wirklich nichts installieren, einfach ausführen und schon seid ihr dabei. Dann kommt dieses wunderbare Fenster hier und hier gebt ihr jetzt einfach folgendes ein. In eurer ersten E-Mail, die ihr bekommen habt, habt ihr hier euren Host-Namen und eure Haupt-IP bekommen. Aber einfach diese E-Mail, die ist quasi alles, was ihr braucht. Diese IP tragt ihr ein bei eurem Host-Namen, Port einfach so lassen, SSH muss der Haken drin sein, also nicht über Telnet oder Airlogin oder RAW oder was auch immer. Und dann einfach auf Open gehen. Ich kann das jetzt leider nicht machen, weil ich hier kein Internet aktiviert habe, denn wenn ich Internet aktivieren würde auf meiner virtuellen Maschine von Windows, dann hätte ich ein Problem, weil es könnte eine Weile dauern, bis ich alles hier so weit habe, dass die ganzen Updates laufen und so weiter und so fort. Das heißt, ich könnte das Video wahrscheinlich erst übermorgen aufnehmen. Das wollte ich vermeiden, deswegen hier einfach eintragen eure IP und auf Open klicken und dort werdet ihr dann nach dem Benutzernamen gefragt. Das ist Root aktuell noch und das Passwort für Root habt ihr auch in dieser E-Mail bekommen, nämlich das, was ich hier schon markiert habe. So, oder natürlich das, was ihr geändert habt, hoffentlich und ja, gut, perfekt. Für die Linux-Leute ist das Ganze noch ein bisschen einfacher, weil ihr SSH schon vorinstalliert habt. Das heißt, ihr habt sozusagen schon das Programm dafür und müsst euch nur noch einloggen. Und das ist echt unglaublich einfach. Das Einzige, was ihr machen müsst, eine Zeile wieder mal. Ihr öffnet ein Terminal, das solltet ihr wissen, wie es funktioniert und gebt ein SSH und hier dann einfach Root, weil wir uns als Root einloggen wollen. Add, das ist das ganz normale Add auf eurer Tastatur. Und jetzt hier die IP, also 84.200.109.219. Das ist jetzt mein Zugriff hier. Das sollte sich eigentlich bei euch natürlich unterscheiden. Und ja, dann einfach Enter drücken, dann werdet ihr nach dem Passwort gefragt. Das erste Mal, wenn ihr das macht, kann es sein, dass ihr nach dem Key gefragt werdet, ob man den eintragen soll bei euch. Da gebt ihr dann logischerweise Ja an. Das heißt, ihr vertraut dem Server, denn es ist ja euer Server. Wenn ihr dem nicht vertraut, dann habt ihr ein Problem. So, euer Passwort eintragen und fertig. Wunderbar, schon sind wir drin. Und jetzt können wir hier eigentlich auch alles machen, was wir machen wollen. Zum Beispiel ls ausführen, cd... und dann nochmal ls. Und dann sehen wir hier alles, was wir so von einem normalen Linux kennen. Das heißt, wir sind quasi in dem anderen Server drin, aber wir sehen nicht direkt, was da so passiert, sondern wir haben sozusagen unseren eigenen Kanal dahin und können ihm von diesem Kanal aus Befehle erteilen. So, das ist jetzt quasi wie eine Backdoor, könnte man denken. Und es ist eigentlich auch so. Eigentlich ist SSH eine Backdoor und deswegen sollten wir diese Backdoor möglichst schnell so absichern, dass nur wir das benutzen können. Ein Passwort, das hier lässt sich relativ leicht knacken. Also, was heißt relativ leicht? Man kann es knacken und es dauert wahrscheinlich Ewigkeiten lange, aber es ist möglich. Und was wir wollen, ist, wir wollen SSH Keys benutzen. Und mit diesen Keys lässt sich das dann wirklich absolut gar nicht mehr knacken, weil es einfach ewig dauert. Und deswegen werden wir uns in den nächsten Tutorials um ein paar grundlegende Sicherheitsmaßnahmen kümmern. Warum wir SSH benutzt haben, ist einfach, wenn wir Dateien übertragen wollen oder sowas, dann ist SSH einfach sinnvoller als der Webclient, VNC Webclient da, weil man da keine Dateien direkt übertragen kann. Und ja, das war es auch schon von meiner Seite wieder. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie ihr euch über SSH in dem Server anmeldet. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.